Ich kann irgendwie trotzdem nicht bauen. Was will der da noch von mir? Nägel, Bolzen. Nägel, Bolzen, zwei Bretter und die Schaufel. Das war es eigentlich. Mehr brauchst du nicht. Hallo und willkommen. Was? Ich darf nicht bauen. Und bei mir macht sich die eine Kiste hier. Die Waffenkiste geht noch auf, aber die Werkzeugkiste geht nicht mehr auf. Warte. Handwerk. Hä, bei mir sind gerade irgendwie... Hast du auch Metall? Zweimal Metall brauchst du auch noch, ne? Ja, ich weiß, habe ich... Na, bei mir haben sich gerade irgendwie die Nägel. Ja, das sind ein bisschen zu viele Items, die hier auf dem Boden liegen. Ich glaube, du machst das besser, woanders. Nicht hier. Nimmst du eine Kiste, Bolzen mit, Nägel und machst es dann woanders. Sowjets. 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 Reihenmagazine. Will der mich komplett verarschen? Wo ist jetzt die Schaupfel hin? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe langsam keine Lust mehr. Ich gehe in eine andere Seite. Ja, er sagt sich ja. Mach das lieber. Ich stehe jetzt hier nicht draußen. AKS 74 U. Ich bin echt ein Schösser. Ja, bist du auch. Was bist du dann? Ich bin eigentlich kein Schösser. Also von daher, ich brauche mich jetzt hier auch nie angesprochen zu viel. Das ist sorry, aber ich habe keinen Bock auf so einen Geisterbesuch. Ja, das kann aber auch alles ein Gerücht sein. Bei den Geräuschen. Ich bin aber sicherlich. 50er. 37er. 50er wollen nämlich komplett verarschen für eine schaufel war schützt alle bolstoff nicht kann so ein hammer machen das funktioniert auch steinachs ne steinhammer gibt es ja auch noch haben wir noch seite nehmen musst du machen das ist ja einfache lösung ist auto nehmen und das auto so hinstellen dass es ein leuchtet klar geht das so ich habe keine ahnung was ich brauche zusammenführen zusammenführen kleiner stein und stein ja ist ja ganz schön steinig jetzt im ernst ich weiß gar nicht wovon du redest alle ich kann nichts dazu beitragen weil ich gar nicht weiß wovon du redest ich weiß gar nicht was du am machen bist ja dann steine liegen ja überall auf dem boden rum ja aber was ist der unterschied zwischen einem kleinen und groß und ein stein keine ahnung muss ich passen ich glaube den den großen ständen kriegst du nur in diesem stein hausen das ist spooki das ist spooki ich bin so ein schisser die e k Ich habe einen kleinen Stock und auch ein Messer. Warum kann ich kein Baumrindenseil machen? Du brauchst fünf, glaube ich, kleine Stöcke. Jungen, bei den Geräuschen kann mir keiner erzählen, dass das eine Spekulation von dem Geist sind. Vielleicht ist es auch ein Spekulatius. Was macht er das jetzt schon wieder mit dem Katana? Nein! Nein, du musst effektiv wirklich das Ding in der Hand halten. So. Hier liegen jetzt jede Menge Bretter durch die Gegend. Das war das Absicht? Ja, ich hatte eigentlich nicht da, das Ding. Also du machst die Reparatur-Kids, ne? Wenn ich irgendwann mal in meinem kompletten Leben das... Ah, ich kann jetzt das Schaufel erstellen. Also ja. Okay. In Winter, da mache ich die Thun. So, Nahrung, Werkzeug, da brauche ich... Hier ist doch die Schaufel in der Werkzeugkiste drin. Alia? Bei mir war die da nicht drin. Doch, die ist drin. Bei mir war sie nicht drin. Aber sie ist drin. Bei mir war sie aber nicht drin. Klingt wirklich spooky, ne? Könntest du aufhören? Ähm, womit? Das zu erwähnen? Weil... Ja. Bringst du mehr Bretis? Ne, ich brauche selber Bretter, Schatz. Ich kann dir keine Brüder bringen. Alter, ich habe mich gerade schon vor dir erschrocken. Aber ich glaube, es wird wieder Tag, oder? Ne. Ne, ziemlich sicher nein. Wieso sagst du nicht einfach ja? Weil ich nicht lüge. Ich kann lügen. Das ist, äh... Notwehr. Notwehr, aha. Notwehr. Gegen meine Rumjammerei. Ich habe kein Problem mit deiner Rumjammerei. Ich finde das äußerst amüsant. Habe ich jetzt alle Bretter, die hier waren? Ne. Ich schalte es nicht mal auf. Eine Schaufel auf dem Boden auch rum, ne? Ja, bei mir liegt der Schaufel auf dem Boden rum. Gleich. Ich habe auf jeden Fall noch einen Reparaturkasten gefunden. Der war noch in der Werkzeugkiste drin. Vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber warum machst du das nicht direkt an der Flagge? Weil ich nicht draußen sein will. Die Flagge ist doch nicht draußen. Die steht doch hier in der Ecke. Wer weiß, ob die Geister über Wasser gehen können. Wie gesagt, wer weiß, ob es die Geister überhaupt gibt. Das ist mir trotzdem zu spooky. Hm, wie du meinst. Lass mich ein Schisser sein. Ja, gut. Ich wünsche nur keine Panik. Und was machst du in meinem Haus? Referenturkasten. So, Handwerk. Medium herstellen. Hier liegt übrigens eine Schaufel rum. Hat das einen Hintergrund? Ja. Hier war doch irgendwo noch ein Baum. Ne, anscheinend nur draußen. Okay. Ne, hier vorne war noch ein Baum, aber den habe ich gefällt. Ja, okay. Wie kommst du einmal Baumfäller? Ich nehme dann mal dein Quad. Ne, du machst es kaputt. Ne, ich geh nur einen Baum holen. Boah, ich erschrecke mich im Moment. Ich gehe da, Scheiße. Geh zu. Ah, ich bin endlich mal da, wo ich auch gewesen bin. Ach, das stimmt mich so glücklich. Ich kacke mal. Also nicht wundern, wenn draußen irgendwas stinkt. Das interessiert mich gerade reichlich wenig, ob draußen was steckt. Ja, vielleicht hilft das ja auch, die, ähm, die Spenster abzuwehren. Ich mag dich nicht. Hm, ich mich manchmal auch nicht. Kann die Nacht nicht einfach vorbeigehen? Nö, kann ich nicht. Siehst du doch, dass ich nicht kann. Echt jetzt? Kann man eigentlich zwei Baumstämme tragen? Ich glaube nicht, ne? Ja, einen Rucksack, einen auf der Hand. Ja, aber nicht mit so auf dem Quad fährst, logischerweise. Ist ja doof. Also da, wo ich stehe, ist übrigens noch ein Baumstamm. Bist du das? Oh, höre ich dich so nah. Jetzt hänge ich auch schon an. Ich war, dass natürlich war ich das. Ich bin gerade an dir vorbeigeflitzt. Ich möchte machen, dass ich noch ein Baumstimmte gefunden habe. Säge He tallest an und ich habe wiederrab teles gez enthalten. Und zwar in einer Annette, den ich alles einfach nicht higrube. Bis wieder iPhone 6hekt somit C-3ha. Wenn du in dieses Jahr noch bist, über CAMPENland kommt. Okay, ich habe also mit Fallon, wie ich ihnigt. Also da etwas ancestry. buch ansuchen was mama ist schon wieder ein buch ansuchen irgendwie so ein liebes schon ein roman wie immer so ein bisschen ist ja in ordnung aber die ließ tja dann machst du nichts dran alles trinken doch ich kann die bücher verstecken ich hab wirklich schiss merkt man ich bin bei dir im hause machte auch noch längst eine kiste hatte ich eben noch ein brett der hand hier sagt nein mal kurz ich schwören können ich hätte noch ein bretten land das ist ein bretten land das ist ein bretten land das ist ein bretten land Langsam wird alles heile. In deinem Quad ist auch noch ein Baumstamm, den du dir nehmen kannst. Also ich brauche nur noch einen von den Zweien. Also eine mittlere Kiste ist aber schon groß. Komisch, dass kein Brett mehr übrig ist. Ihr sagt, nein, ich mag dich nicht, kein Brett übrig lassen. Naja. Stimmt wohl. Man kann es den anderen Baum schon auch noch haben. Ich mache mal neue. Ich bin fertig jetzt. Mit den Nerven. Ja, wir brauchen ja auch noch Reparaturkissen für den Rennkurs zu reparieren. Willst du nicht? Na doch. Wenn ich da nicht. Wollte nur für eine Zeit lang noch erhalten halten. Ich falle zu Kai rüber. Ich baue da auch noch eine Kiste hin. Ich glaube, es wird so langsam endete Nacht. Oh ja, bitte. Please, for me. 10 Rapines 10 Rapines Das war's für heute. Brauchst du noch Bretter oder nicht? Äh, also ich hab jetzt noch drei Kisten. Ich glaub, zwei brauche ich noch so. Also ja. Okay. 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 Das war's für heute. Dann bringe ich nämlich die restlichen Baumstämme noch mit. Das war's für heute. So, Kai seine Kiste ist auch fertig. Das war's für heute. Deswegen wirst du ja, wie sehen diese Geister eigentlich aus? Ich weiß es nicht. Deswegen sage ich ja, es kann auch ein Gerücht sein. Ich hab Baumstämme für dich dabei, ne? Ja? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel du noch brauchst. Drei Stück. Aber das sollte reich. So richtig einpacken. Er ist schon mal zwei Bretter. Hast du einen Werkzeugkasten für mich? Dann kann ich schon mal reparieren fahren. Ein, zwei Stück vielleicht. Ja, nicht gleich übertreiben. Ich hasse ja dieses In-Wi. Das ist immer, entweder kommt ja dieses Same-Menü oder das In-Wi geht auf. Ich weiß nicht, wovon was abhängt. Normalerweise darf das Same-Menü nur kommen, wenn du kurz drückst. Das kommt aber eigentlich immer, wenn du lang drückst. Das kommt eigentlich bei mir immer, auch wenn ich kurz drück. Ich glaube, ich nehme ein anderes, nämlich der 1, weil da ist die Batterie relativ leer. Wie sieht es denn bei dem aus? Ja. Auch nicht viel besser. Auch nicht viel besser. Naja, dann nehme ich das. Gut, dann fahre ich den Kurs reparieren. So. Also noch eine langweilige Folge, Leute. Dann habt ihr es geschafft. Ich hoffe, aber solche Routinen arbeiten die Gehirn nun mal auch dazu. So ist es nun mal. Also schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge von Scum. Bis dann. Tschüss.